Hallo, ich habe ja schon mal zwei Videos gemacht über Sicherheit im Browser, nämlich einmal welche Add-ons man vielleicht installieren sollte und einmal welche Einstellungen man im Firefox sich mal genauer anschauen sollte. Und mir kam dann noch die Idee, ja was ist eigentlich, wenn ich eine Webseite habe und ich habe schon ein schlechtes Gefühl oder ich würde gerne vorher sie mal überprüfen, bevor ich da drauf surfe. Und da gibt es natürlich auch Dienste, die einen darin unterstützen, zum Beispiel VirusTotal. Da kann ich einfach eine URL eingeben, abschicken und dann laufen da die ganzen Virenscanner drüber. Und es ging jetzt natürlich sehr schnell, weil ich diesen Test schon ausgelöst hatte vor kurzem, deswegen machen die gerade keinen neuen. Aber im Endeffekt wird diese Seite jetzt mit extrem vielen unterschiedlichen Diensten gecheckt und man stellt fest, aktuell keine Sicherheitsprobleme. Auch der Markup könnte interessant sein. Die gucken dann eben, finden sie Tracker, finden sie Serkparty-Cookies und so weiter. Also er findet Alphabet und Twitter, also die Google-Mutter und Twitter. Ansonsten ist nichts mit dieser Seite verbunden, auch schon mal schön. Kein Facebook-Pixel, kein Google Analytics, einfach nur die zwei Sachen. Was es auch noch gibt, ist so diese Anti-Phishing-Toolbar von Netcraft, die praktisch auch noch mal im Browser installiert werden kann. Die eben auch auf verdächtiges Verhalten einer Webseite reagiert, die hinten dran im Internet eine riesige Datenbank hat, wo Phishing-Seiten eben markiert sind und ähnliches. Und die hier echt viele tolle Features hat, wie Phishing-Sites gegen Fake-Shops bis hin zu Cross-Site-Scripting und anderes und das alles verhindern kann. Und auch für jede Seite so ein Risk-Ranking angibt, also sagt, die Seite ist eigentlich eher vertrauenswürdig, die Seite könnte ein Problem sein und so weiter. Aber das große Problem dabei ist halt, wenn ich das jetzt tatsächlich ständig drin habe, habe ich halt auch eine Spyware. Ja, weil Netcraft überprüft ja dann jede Webseite, die ich aufrufe und hat dann natürlich eine Liste, die dann für sie natürlich wieder toll ist, weil sie dann hier Angaben machen können. Site-Ranking, ja, also wie oft wird diese Seite eben aufgerufen, ist die beliebt, ist die unbeliebt und das sind natürlich für sie auch wieder Informationen und die gebe ich dann, wenn ich diese Anti-Phishing-Toolbar drin habe. Aber wenn ich jetzt einen Browser zum Beispiel speziell dafür konfigurieren würde, dass ich eben so Hochrisikoseiten ansurfe, dann hätte ich da auch überhaupt keine Bedenken, diese Anti-Phishing-Toolbar oben drauf zu packen. Wobei man sich dann auch schon überlegen sollte, ob man im Browser nicht gleich Active Scripting wie JavaScript und ähnliches deaktiviert, sodass dieser Browser eigentlich von sich aus schon fast nichts kann oder eben mit No-Script verhindert, dass Skripte ausgeführt werden oder ähnliches. Ja, ich hoffe, das war für euch hilfreich. Macht's gut. Ciao, ciao.